Jetzt. Und? Geht er auch kaputt dadurch? Weiß ich nicht. Da, die schießen in alle möglichen Richtungen und treffen trotzdem. Immer wieder. Sehr viel. Oh fuck. Das war noch nicht alles. Brrrms. So, das war alles. Jetzt muss ich... Ja, ich mach das einfach mal mit so einem übelsten Schuss. Ja, muss doch mal. So. So, Vorsicht. Diese Plattformen bewegen sich, wenn ich mit der Right Armor drauf bin. So. Aber ich wollte mir halt hier noch so ein... Da war ein Metall mit sehr viel... Also, was mir sehr viele Metalle gegeben hat. So. Jetzt switche ich auf Excel und gehe erstmal hier runter. Und zwar werde ich jetzt... Da, wo der Copyshot vorher war, ist jetzt ein A-Trance. Und das bedeutet, dass ich mich verwandeln kann, wenn ich einfach die Taste für den Copyshot benutze. Ne, tue ich doch nicht. Aber wenn ich die Schusstaste benutze. So, zack. Da ist ein Rare Metal. Und wenn ich jetzt die Taste L2 drücke, was ich gerade gemacht habe, dann wird er wieder normal. So, einfach geht das. So. Jetzt muss ich noch hier hin. Nein, wollte ich doch nicht. Ah, durfte auch. Oh, oh nein. So. Das ist gut. Wenn ich von den Dingern getroffen werde, dann kann ich so... Ah, nein, nein, nein. Fuck, fuck, nein. Fuck it. Ah, okay. Dann muss ich das einen anderen mal zeigen. Was... Wie ich hier weitergekommen wäre. Oder? Muss ich? Ich gucke es mir an, ob ich muss. Bam. So, erstmal hier weiter. Ohne in die Stacheln zu fallen, möglichst. So. Hier komme ich hin. Ah, ich muss. Ich muss es einen anderen mal zeigen. Weil das Ding kriege ich nur... Äh, die Dinger kriege ich nur mit der Right Armor kaputt. Schade. Naja. Es ist auch nicht so einfach, das zu schaffen. Ich werde das dann mal irgendwann mit einschieben. Also nicht, dass ich das jetzt irgendwie... Ah, nein. Oh, er hat immer noch das. Mann, wo? So, jetzt aber. Axel Bullets. So. So. Jetzt hängt er an der Wand und schießt die ganze Zeit runter. Das macht Fun. Bringt mir zwar nicht viel, aber immerhin überlebe ich. Außerdem kann ich dann die Double Attack aufladen. Was ich gerade sehr schnell gemacht habe. So. Und ich, ähm... Sammel Combo-Punkte, wie man gesehen hat. Zack. Das war's. Schon. So. Äh, jetzt ist hier wieder so eine bekloppte Schussanlage. Au. Fuck. Ja. Schön. Hast du fein gemacht. Axel. So. Hier kann ich jetzt leider nicht drunter drücken. Dafür hätte ich die Right Armor gebraucht. Und. Äh. Ja. Oh, war ja. Au. Verfickte Scheiße. So. Und der da, der kann nicht. Der ist doof. Kann ich mit diesem Roller eigentlich da auch drüber rollen? Wer weiß. Ich glaube, ich sterbe dabei. Ähm. Wie stehen meine Chancen? Nein, das wollte ich nicht. Wie stehen meine Chancen? Tue ich's? Okay. Ich sterbe dran. Schade. Ich hätte sonst drunter durchrollen können. Und dann wäre was Schönes gewesen. Ne. Geht nicht. Also. Leben. Verbraten. Naja. Ich hab ja genug. Brams. Oh. Irgendwas dahinter hab ich auch noch erwischt. Ah. Wie auch immer. Tchuu. Autsch. Boah. Wenn ich wüsste, wie lange meine Unverwundbarkeitszeit ist, dann könnte ich vielleicht... Ne. Das klappt glaube ich nicht so. Oh. Ne. Die ist nicht lang genug. Die ist eindeutig nicht lang genug. Aber man hätte es mal probieren können. Aber ich bin ja nicht lebensmüde. Ha. Hehehe. Der war gut. So. Da ist nämlich ein Rare Metal. Da wäre ich rangekommen durch eine ganz schön schwierige Kombination von Schritten. Was weiß ich. So. Jetzt werde ich wahrscheinlich sterben, weil mein blöder Ex kein Leben mehr hat. Weil ich schuld bin. So. Brrrt. 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 Und in wie viele verschiedene Richtungen kann er eigentlich feuern? Auch eigentlich sieben. Aber der macht es besser als... Als Buzz es gemacht hat in anderen Spielen. Würde ich sagen. So. Warnung, Warnung. Boss. Da. Oh. Bamboo Pandemonium. Ein riesengroßer... Ja. Äh. Panda. Du hast dieselben Kopie... Die Fähigkeiten, die wir New Generation Rap-Leuds genießen. Nix. Hättest du jemals gedacht, dass diese Kraft die Welt verändern könnte? Das einzige, was ich denke, ist, wie es in Hand kommt, wenn es euch Mavericks zu töten ist. Hm. Das einzige, an was ich denke, ist, dass es, äh, äh, ne, wie es, ist, wie es, äh, äh, ähm, ah, wie es, äh, klasse wäre, euch Mavericks zu töten oder so. Solch eine Wattpetulanz... Äh, ich weiß nicht, was das ist. Äh, hä? Ich glaub, wir haben keinen Nutzen für dich mehr. So. Bum, bum, bum. Ja, er, 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 er schießt Raketen. Und nicht nur das. Er lässt sie auch auf mich herabstürzen. Mensch, ist das krass. Mann kann der viel. Autsch, fuck. Da ist eine Rakete gewesen. Ich hab sie nicht gesehen. Au. Was war das? Oh, oh. Shit. Au, das war klar. Aber, wenn ich mich gut anstelle, was nicht der Fall sein dürfte... Oh, fuck. Oh, man. Das wird nix. Oh, oh. Nein, ich bin tot. Okay. Ein Retried-Ship. Damit kann ich leben. Ach. Macht ja nix. Ich hab ja... Ach, ich hab doch genug von allem. So. Jetzt nochmal das Ganze. Ach nein, das war ein anderer Boss. Das war ja eine andere Serie sogar. Was? Ach so, jetzt sprich ich dann mit Mega Man. Äh, mit X. Mit X! Ah, ich hab die Serien verwechselt. Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Ja, sorry, aber wie soll ich denn das sonst... Ja, guck mal, schon wieder, mhhh, nix als Antwort. Die ganze Geschichte baut darauf auf, dass Sachen gebaut wurden, die zerstören. Raketen, Reploids. Du redest wie ein Maverick. Kein Reploid wünscht sich Zerstörung. Was, ähm, die Zerstörung wünscht, ist diese Welt. Wir helfen nur aus und geben ihr, was sie will. Aha, genau, so ist es, ja. Und deswegen besiege ich die jetzt auch alle. Oh fuck, oh fuck, oh oh, jetzt muss ich aufpassen. So, ganz leicht auszuweichen. Bam. Autsch, verdammte Axt. Bamms. Oh oh. Oh fuck. Oh, er hat mich mit einem Schlag. Das ist leider so, seine Attacke ist übelste Mega. Und wenn ich davon getroffen werde, dann ist nicht schön. Autsch. Autschen. Autschen. Oh nein. Nein, das gibt's doch nicht. Alter, denn seine Attacke ist zu stark. Ich glaub's auch, ey. Was mach ich jetzt? Jetzt muss ich ins Labor. Toll. Muss mir neue Retry Chips holen. Jetzt hab ich wenigstens noch mal ne neue Chance, äh, diese Rare Metals zu kriegen. Hurra! Ist das nicht, ist das, das ist doch mal der übelste krasse Scheiß. So, Chip Development. Retry Chip. Retry Chip 2. Ja, das muss reichen. So, was, was kann ich mir noch holen? Weapon Converter. Ne. Ach, wenn ich schon mal ein paar extra Sachen hab, dann werd ich hier ein Weapon abgeben für Axe. Das brauch ich später irgendwann. Eins müsste reichen. So, was hab ich hier für Axel? Chain Combo, Spike Walker. Mh, alles nicht so nötig. Schade. Mh, Chain Combo. Ich weiß nicht, ob mir das jemals geholfen hat. Ich weiß nicht. Das macht es leichter, Kombos zu machen. Ich glaube, das hilft nicht so wirklich im Spiel selbst. Deswegen, also es gibt mir keine Stärke oder so. So. Die Armor, natürlich. So, und jetzt haben wir hier noch wieder Axel. Oder? Kann ich eigentlich auch Zero mitnehmen? Weil... Moment. Brauch ich Axel nochmal? Axel brauche ich nicht nochmal. Mal. Mal.